numen numen nein numen nein ich sage dir numen numen nein ich kann jetzt machen dass der mikrofon aktiv jetzt schauen wir mal jetzt bin ich natürlich live und jetzt kann ich auch gerade abchecken die stemme jetzt bin ich natürlich live und jetzt kann ich auch gerade abchecken die stemme so ist es jetzt bin ich natürlich live und jetzt kann ich auch gerade abchecken die stemme ja das ist blöd mit dem maus da die gehört mir halt sehr gut Da müssen wir noch besser machen, dann werden wir da besser machen. Ah, nein, 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 was mag ich. Noem me, noem me, nee, noem me, noem me, nee. Nein, sag mir bloß, noem me, noem me, nee. Strubo, so, wieso läuft der Sound von der PS nicht? Strubo, so, wieso läuft der Sound von der PS nicht? Es ist extrem empfindlich, es ist extrem empfindlich. Es ist extrem empfindlich, es ist extrem empfindlich. Ja, ich gehöre mich jetzt ein paar Mal hintereinander. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso der Sound... Okay, da können wir etwas leiser machen. Wieso ist da jetzt zum Beispiel... Ich habe das Gefühl, er macht einfach was er will, der PC. Ähm, wir ändern da mal... Ähm, wieso kommt jetzt auch wireless? Jetzt, äh, wireless controller... Nein, es ist nicht wireless controller. Ich glaube, jetzt sollte der Sound gehen. Ich glaube, jetzt sollte der Sound gehen. Ja, er geht. Ja, er geht. Oh, die Kamera ist zu grosser. Oh, die Kamera ist zu grosser. Ich habe natürlich meinen Kopf da drauf gesetzt. So, das ist dann... So, das ist dann... Ich habe natürlich meinen Kopf da drauf gesetzt. So, das ist dann... So, das macht Sinn. So, das macht Sinn. Wie gesagt, ich bin da den Mikrofon rasch am checken. Aber... Es ist irgendwo... Es ist verdammt extrem. Es ist schon... Du hörst schon jeden kleinen Scheissdreck. Aber was passiert mit dem blauen, wenn ich das ein wenig aufstelle? Und was... Und jetzt bin ich immer noch gleich am Reden. Ich versuche den, um... Gleich anzupassen. Jetzt mache ich da noch einen Ton im Hintergrund. Jetzt mache ich da noch einen Ton im Hintergrund. Ja, das gefällt schon sehr gut. Ja, das gefällt schon sehr gut. Ja, das gefällt schon sehr gut. Und wenn ich das... Und das hier kann natürlich... ...aufendrehen. Das haben wir jetzt aufs Maximum. Aufendrehen. Das haben wir jetzt aufs Maximum. Ja. Dann fahren wir mal das blaue natürlich ab und fahren. Mal gucken, wie er denn reageert. Und jetzt... Das ist der Ton. Logischerweise. Die Empfindlichkeit. Wir wollen aber in der Mitte. Und das blaue... Ich muss nur fragen, was das blaue ist. Und wenn ich da jetzt auf blaue umstelle... Ich muss nur fragen, was das blaue ist. Und wenn ich da jetzt auf blaue umstelle... Test, test. Wir haben da auf blaue umgestellt. Test, test. Wir haben da auf blaue umgestellt. Test, test, test. Ah, es hat mehrere Farben. Aber weil es jetzt wirklich gut ist... Ich komme nicht raus, was der Unterschied ist eigentlich zwischen den Farben. Die Farben kannst du ja ganz abstellen. Rot. Ja, ich muss es mal lesen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfindlich. Okay. Ich gebe es doch mal. Jetzt geht es gleich gut. Achso, ist es eigentlich auch noch okay. So, dann geht es eigentlich recht okay. Achso, ist es eigentlich auch noch okay. Es tut das eigentlich auch ganz okay. Und wenn ich jetzt so Alarm die Hände gut mache... Dann machst du jetzt... Dann machst du jetzt so Alarm die Hände gut... Jetzt ist nicht mehr so nervend. Ich aber... We're going to check the next one. We are in the next one. Und jetzt? Toll? Es ist ein bisschen komisch. Das ist schon nicht so gut. Das ist ja so leispel. Sahwimmer. Das mache ich noch recht viel. Aber jetzt sollte es auf jeden Fall ein bisschen besser sein... Sahwimmer. Das mache ich noch recht viel, aber jetzt sollte es auf jeden fall ein bisschen besser sein... Jetzt klingt es wie nach einem Mikrofon, von dem ich auf Kopfhörer habe. Es klingt genau nach diesem Mikrofon. Jetzt klingt es wie nach einem Mikrofon, von dem ich auf Kopfhörer habe. Ich glaube, das ist noch am besten. Ich glaube, das ist am besten bis jetzt. Ich glaube, das ist am besten. Oder? Ich glaube, das ist am besten. Oder? Es klingt so... Es klingt schon etwas anders. Das ist auf jeden Fall nicht so nervend wie bei mir. Ich glaube, das ist so nervend. Das ist so nervend. Test, test, test. Wir werden heute Abend streamen. 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 Ich kann es einfach mal so wie es ist. Das Game, das wir hier rauf nehmen. Stimmt. Eigentlich muss ich das hier anstellen. Anpassen. Anpassen. Oder? 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 Muss ich hier lauter machen? Muss ich hier lauter machen? Muss ich hier lauter machen, oder? 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 Spreiz oder kutter? Wie sieht es aus? Wir haben den jetzt auf Maximum gemacht. Oder? Spreiz oder kutter? Wie sieht es aus? Wir haben den jetzt auf Maximum gemacht. Oder? Wie sieht es aus? Also gar das ... Hörst du? Wow. Also gar das ... Hörst du? Das ist ein Mikrofon. Das ist ein Mikrofon. Das Knopf gehört natürlich auch von der Playstation. Das ist ein Mikrofon. Das Knopf gehört natürlich auch von der Playstation. Oh, die muss ich dann unter dem Mikrofon haben. Oh, die muss ich dann unter dem Mikrofon... Ah, ja, ich höre es mal so aus. Ich hoffe, es ist gut so. Wir werden die Game spielen. Ich brauche die Kopfhörer dafür. Es ist ein bisschen dunkel auf dieser Seite, darum werde ich hier auf etwas helles zugreifen. Ja, hallo. Aha. Ich muss das so machen. So, das sollte hell genug sein. Wir suchen hier unseren... Das braucht alles nicht. Es ist auf Albtraum. Wie ich öffne hier. Und hole das Heilmittel. Okay, weg mit dir. Jetzt geben wir ihm einen Shot. Nach dem haben wir ihn besiegt. Der nicht mehr fiel. Nein, komm schon. Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht ausweichen kann. Das verstehe ich echt nicht. Das ist das Spiel so schwierig. Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht ausweichen kann. Das verstehe ich echt nicht. Das ist das Spiel so schwierig. Ich wechsle hier auf den normalen Modus. Und dann... Ich glaube, wir sind gerade rechtzeitig noch ausgewichen. Oder in die Filmsequenz. Ich glaube, wir sind gerade rechtzeitig noch ausgewichen. Ich bin gerade nicht in der Zeit. Ich bin gerade rechtzeitig. Ich bin gerade rechtzeitig. Ich bin geradeherr, wenn ich jetzt nicht mehr in der Zeit. Ich bin geradeherr. Das ist richtig schwer. Ich hole mir hier das Heilmittel und dann gehen wir direkt in die Filmsequenz für den Final Shot, aber den müssen wir nochmal betätigen, dass wir ihn auf alle Fälle haben. Ich glaube er ist down, aber auch nicht für lange. Das einzige, womit ich Mühe habe, sind die... Nein, 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 nein. Ja, ich glaube ich muss einfach noch einige Feindlichkeiten machen, damit der Stream noch ein bisschen besser ist. Momentan ja, wir haben ein Mikrofon, wir haben alles, was wir benötigen, aber ich habe das Gefühl, so kleine Details, die noch besser sein müssen. Das gefällt mir schon besser. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Nein, nein, ich drücke ja, ich drücke ja, Mann! Wenn er dich einmal erwischt, dann ist fertig lustig. Oh, Mann! Oh, Mann! Das gefällt mir schon besser. Also wenn ich ihn besiege ohne ein Heilmittel zu benutzen, dann bekomme ich eine zusätzliche Trophäe. Diverse Trophäen kann man einfach nicht ausweichen. Ich verstehe nicht, dass ein paar Streamers... So eine kleine Geige oder wie man dem sagt gegeben. Wie man dem es besiegen kann? Drücke ich etwa die falschen Knöpfe oder? Ich habe das Gefühl ich drücke die falschen Knöpfe. Für Ausweichen. Das ist auch R. R1. Komm in die Wand. Boom. Das Timing ist halt wichtig, I know. Das erste Mal schaffen wir es eigentlich noch recht easy. Aber danach wird es schwierig. Was ist das? Was ist das? Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Nein, ich drücke hier, Mann! So, ich muss auf dem Kuh bleiben. Das ist ein Toad. Das ist ein Toad. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Das tut dir weh, was? Was ist das? Was ist das? Imson. Glucosa? Ich drücke immer wieder zu Boden. Glucosa. Nein, Mann. Ich drücke immer etwas Falsches. Ah, jetzt haben wir ihn. Ich muss das hier nehmen. Nummer 2. Hey Danny, wassup? Wir sind hier im Alptraum, also ich muss ihn auf fast richtig hardcore besiegen. Hey, jetzt können wir's sogar schaffen. Bitte, 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 bitte! Bitte, 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 bitte! Das müssen wir überleben. Nein, bitte nicht! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Wir haben ihn besiegt. Wow, das ist der letzte Kampf. Wow, endlich. Yo, 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 Danny, wassup, wassup, wassup? Ich weiß nicht, ob du den Schluss schon gesehen hast. Amor, du hast nicht mehr miteinander gesehen. So läufts, wir müssen hier noch an der Zeit sparen. Ich habe mir noch ein Mikrofon gekauft, hört man mich gut und... Ja. Was machst du nachher noch? Oh, da ist doch noch etwas hier am Boden. Ah, schau, das haben wir natürlich nie gelesen. Ja, ein richtiger Headshot, gell? Absolut. Es gibt ein paar Leute, die es so verdient hätten. Was machst du? Komm schon, was machst du? Wie kann es, wenn sie so herumtrödelt? Ich kann ihn noch einwollen. Nice, geil. Weil... Weil ich habe die Headshot ein bisschen eingestellt und... bin mir nie sicher. Here we go. Finito. Jetzt gibt es eine schöne Trophäe. Für die Trophäe war ich die ganze Zeit am Spielen gewesen. Ich hoffe es gibt noch S plus oder sowas, weiss ich was. Du, was gibt es noch? Bist du noch etwas dran oder? Erober, endlich. Tode 3. Schade, dass wir da nicht einen Rang S plus bekommen haben. Nice. Ich habe halt auch ein paar Videos gesehen, ein paar Leute, die auch gestreamt haben. Sieht da recht interessant aus. Yeah. Ähm... Warte mal. Da habe ich die Herausforderungen, die wir noch schauen, gell? Das sind die neue Sachen. Belohnung. Schliessen Sie das Spiel auf Albtraum oder Höher mit Rang S ab. Erledigt. Und erobert. Schliessen Sie das... Schliessen Sie das Spiel auf Albtraum oder Höher ab. Erledigt. Noch 11... Herausforderungen. Und nochmal 11.000 Punkte bekommen. Jetzt habe ich auch nicht mehr so Lust auf dieses Spiel. Jetzt habe ich eigentlich alles freigeschalten, was ich wollte. Ausser da die Waffe unendlich viele Schüsse. Aber ja. Vielleicht fahre ich Skyrim mal wieder von neu an. Das wäre auch geil. Mir fehlt, glaube ich, nur ein Konzept und dann habe ich es. I... Eine Akte fehlt mir noch. Und Charlie... Fehlen mir noch 6. Ich muss billaden. Bin laden. Jahrhund. Jetzt gibt es noch Inferno. Wow, kein automatischer Speicher. Das ist hardcore. Weniger Schreibmaschinen und Inventarboxen. Wow, wow, wow. Let's give it a try. Oh, wow. Oh, wow. So viele Pillen. Oh, wow. Okay, das ist super. Oh, wow. Oh, das ist schon. Oh, das ist einfach. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon. Schönes Feature Habe ich jetzt alle Akten? Stell dir vor ich hätte jetzt alle Akten Das wäre jetzt geil gewesen Ja eigentlich habe ich keine Lust mehr auf das Spiel Ich habe das Fass fertig geschafft Nur noch auf Albtraum muss ich es durchspielen 71% des Spiels Ich könnte ja auch weiter machen Aber irgendwie habe ich keine Lust mehr auf dieses Spiel Was sollen wir denn gamen Denn ich will gamen Ich glaube ich chill Film schauen Oder so Ein richtiger Headshot Ich will das Assassin's Creed wäre es denn? Ja irgendwie momentan Ich habe schon Lust zum Gamen Aber irgendwie auch nicht Super komisch Heute im Poker ist gar nicht gut gelaufen Bei mir Hat mir die ganze Motivation weggenommen Aber ja noch nebensächlich Aber ja noch nebensächlich Ah We're gonna Talk with the With the DENIT Hallo Test Test Mikrofon stumm schalten Nein Zusammenspielen Mein Mikrofon sollte doch gehen Oder wie ist es Profil Nein was mache ich Ich gehe auf mein eigenes Profil Hey Danny Hey Danny Körsch mich Danny Hallo 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 Okay das ist der nicht gut Hallo 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 Ja Hallo Hallo Ich glaube du gehörst mich nicht Ich gehör dich Test Test Gehörst mich jetzt Test Test Do you hear me Test Test Gehörst mich Hallo Jetzt hörst mich Oder Test Test Ich gehörst mich nicht Ich gehörst mich nicht Test Test Ich gehörst mich nicht Test Test Hallo Hallo Ich gehörst mich nicht Mikrofon stumm Ich gehörst mich nicht Nein Ja wir so Mal ich ähm Ich muss den Headset mit dem Dings verbinden Mit dem Dings Ich Twitter Aus Empire Beißen Mein atoire 1-2-3-2-2-1-2-2 Das waren 2-3-2-2 in Chas 2-2-1-2-1-2-2-1-3-1-2-2-1-3-2-1-2-9 1-2-3-1-2-1-7-1-2-1-1-2 so test 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 ja jetzt habe ich es an der PSA geschlossen ja wie gesagt ich bin ich will schon gamen aber irgendwie auch nicht so ein komisches Gefühl so wie so eine neue Motivation aber irgendwie habe ich auch nicht so keine Ahnung ist noch schwierig ist der Assassin's Creed oder die Dings da ok ok so dann haben wir da den Titel angepasst hoffen wir gehört mich immer noch gut test 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 its faltat rest hoffen wir gehört mich immer noch gut ja ja aber der Mikrofon weil der ein Mikrofon isch mit dem ah gut tip top schon gut also noch nie gespielt das neue assassin's creed ägypter hab ich gespielt aber nur so 1-2-1-2-missionen ich hab's sogar irgendwo ich glaub ich hab's sogar nicht ich glaub ich bin mir sicher ich hab's ja jetzt kürichs test test kürichs ok skane kürich test 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 ...hergestellt hast... Hörst du mich noch? Ja, ich muss... ...dürfe das nicht über den Stream machen. Es blockiert mich. Voll bescheuert. In diesem Fall, schade. Ja, voll schade. Aber genau, dann ist es halt so. Peace, mon niggas. Meine zahllichen Fans. Fickt euch.